Hier in der O-Bus-Remise in der Alpenstraße werden nicht nur die Busse gewaschen und gewartet, hier beginnt auch die Ausbildung zum O-Buslenker oder zur O-Buslenkerin. Dabei gibt es für die Neuen jede Menge Unterstützung. Also ich finde es sehr faszinierend, vor allem wenn man da an der Straße hockt und zuschaut. Ich mache das gerne an der Pferdetränke vorne, weil das ja das scharfe Eck ist, wo es rumgeht. Und das gefällt mir jedes Mal wieder, wie die Busse da angerauscht kommen und punktgenau reinkommen. Das ist natürlich Übung und der Profi macht das. Wir helfen dir durch den Führerschein, Lkw-Führerschein, dann der Busführerschein, dann die O-Bus-Ausbildung. Und wir haben jetzt ganz neu auch die Unterstützung bei den Deutschkursen für all jene Kollegen, deren Deutschkenntnisse nicht ganz so gut sind, also unter B-Level. Die gesamte Ausbildung wird von der Salzburger G bezahlt. Die neuen Fahrerinnen und Fahrer bekommen auch bereits ab dem ersten Tag das volle Gehalt. Erster Tag fangst du an, kriegst sofort brutto 2850 Euro, machst die Fahrschule, hier finanzieren wir vor und dann unterstützen wir dich während des ganzen Ausbildungsprozesses. Nicht nur das Fahren ist wichtig, Tarif, Oberleitung, das ganze Equipment, was man braucht dazu. Wichtig, dass man das beherrscht. Und das Allerwichtigste, die Fahrgäste. Das O-Bus-Qualifying zieht Jahr für Jahr viele Interessierte an. Das absolute Highlight, zum ersten Mal selbst am Steuer des O-Buses sitzen. Das Hauptinteresse war jetzt auf jeden Fall, mal so einen Bus auszuprobieren, weil man sieht es mit dem Stadtbild und ich schaue gerne mal zu. Ich hätte es mir ein bisschen anders vorgestellt, zumal weil der Bus von alleine laufen tut und alleine rollt. Ich habe immer gemeint, man müsste ein bisschen Gas geben, aber man muss gar nicht viel Gas geben. Das war das Interessante, so viel mehr auf der Bremse stehen oder laufen lassen. Wenn jemand kommt, der 50 ist oder 55 und das erlernt, kann einer von den besten Kollegen sein. Und das spielt wirklich keine Rolle, ob der jetzt 25, 40 oder 55 ist. Alle Infos zu den Jobs beim O-Bus finden Sie auf www.salzburger.g.at.